Servus zusammen, alle Bergliebhaber, Gipfelstürmer und die, die es noch werden wollen, herzlich willkommen zu einem neuen Video und vor allen Dingen auch zum ersten Video meiner neuen Playlist Gipfeltalk. Heute sind wir eine wunderschöne Tour in den Ammergauer Alpen gelaufen, wir sind noch dabei, sie zu laufen, am Sonnenbergrad und der Special Guest, der erste in dieser Runde hier, den ich heute dabei habe, ist der Flo vom Kanal Mountain Dude. So, also, da ist er, der Flo und mein Essen, ich habe tierisch Hunger jetzt und ja, wir haben gestartet am Parkplatz von der Kolbensesselbahn und ich würde sagen, gehen wir einfach mal die Tour, oder? Jetzt geht's hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Also Freunde, der Flo, Mountain Dude und ich, wir haben jetzt hier gerade zusammen die Überschreitung vom Sonnenbergrad gemacht, eine sehr, sehr schöne Tour gewesen, wenn ihr die Tour komplett sehen wollt, übrigens, schaut's natürlich da mal gern bei ihm am Kanal vorbei, ich verlinke ihn oben und unten in der Beschreibung. Natürlich, ich darf an der Stelle wohl schon mal herzlichen Dank dafür sagen, dass du mich mitgenommen hast auf die Tour, ich fand's ja echt richtig, richtig cool. Sehr gerne. Ja, Flo, kurz ein bisschen was zu dir, ich habe mich ja vorher so einen Hauch informiert, wie das für einen guten Journalisten gehört. Du bist geborener Allgäuer, kommst aus Kaufbeuren. Nein, falsch. Wichtig. So geht's schon los, ne? Nee, also geboren und ich komme aus Marktoberdorf, das ist zwölf Kilometer südlich von Kaufbeuren. Ah, okay. Man muss es aber unterscheiden, da die beiden Dörfer, Städte, in Anführungsstrichen, so ein bisschen so ein Bief miteinander sind. Also die mögen sich nicht so ganz, deswegen. Soll es geben. Genau, und du bist Baujahr 82. Ja. Und damit zwei Jahre älter als ich. Das war das Dad Giveaway, wie alt ich bin an alle euch da draußen. Ja, man sieht dich fast wöchentlich in YouTube-Videos mit richtig schönen Touren, die du gehst. Fast. Genau, du bist auch Bergwanderführer, habe ich mir sagen lassen. Perfekt, unter anderem. Ja, und was mich halt mal interessieren würde, wie bist du eigentlich so ans Bergsteigen allgemein gekommen? Ist es dir in die Wiege gelegt worden, bist du ein Spätberufener? Natürlich muss ich sagen, als Allgäuer ist es so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Man wächst da so ein bisschen mit auf. Aber tatsächlich haben mich jetzt meine Eltern jetzt nie, eigentlich gar nicht in die Berge gezogen. Das war dann eher auf eigene Faust. Aber dann tatsächlich hat das Ganze angefangen eher erst mit dem Mountainbike fahren. Das heißt, ich war dann eher mit dem Mountainbike in den Bergen unterwegs. Und dann hat es dann, noch bevor ich volljährig war, hat es dann auch übergesattelt zu Fuß. Oder mit allen Vieren dann. Und dann war das dann so ein schleichender Übergang. Aber allen Vieren ist immer das Beste am Berg. Genau. Herbis erklärt natürlich auch, aber findet auch coole Bike-Videos bei dir auf dem Kanal. Genau. Wo dann da quasi diese Leidenschaft herkommt. Das schließt sich dann jetzt der Kreisung ein bisschen, sozusagen. Deswegen versuche ich dann die beiden Sachen eben, weil das meine Lieblingshobbys ist, das Bike mir sogar noch eher vorm Bergsteigen. Okay. Das auf dem Kanal so ein bisschen. Hätte ich tatsächlich anders vermutet, aber ja. Nö, das ist tatsächlich so. Genau deswegen machen wir sowas. Und ich versuche das so ein bisschen auf dem Kanal so ein bisschen zu verbinden. Wenn man aber da sich jetzt ja beruflich macht, sieht man dann tendenziell eher mehr Videos im Thema Bergwandern bei Freunden als die Kamerafand. Aber ich muss sagen, weil ich so gesehen habe, jetzt bisher bei deinen Videos, diese Synthese, Symbiose oder so, wie man jetzt sagen will, die gelingt ja eigentlich echt ganz gut. So, weil das ist eine schöne Mischung. Man hat nicht immer nur die gleiche Art Videose, aber was anderes mit dabei. Und das macht es eigentlich tatsächlich sehr interessant und sehr abwechslungsreich. Genau. Bis wir dann auch in Zukunft dann noch andere Experimente kommen. Oh, hört, hört. Keine Ahnung, so ein, zwei... Spoiler-Alarm. Ein, zwei Sachen zum Beispiel, alternativ und Lechweg, wie man das sonst noch anfällt, zum Beispiel. Na, solche Sachen in deine Zukunft auch mal kommen. Wann genau weiß ich noch nicht, ob es dieses Jahr noch wird. Ich hoffe es wird, aber schauen wir mal. Cool. Ja, und natürlich gut. Ich glaube, die nächste Frage wird sich eigentlich schon durch deine Herkunft aus dem Allgäuer Land mehr oder weniger beantworten. Aber man kann ja immer die Frage stellen, auch wenn jemand so viel in die Berge geht, wie du oder ich das jetzt machen, was eigentlich diese Faszination ist. Warum zieht es dich so häufig hoch auf dem Gipfel? Ich glaube, den einen Grund gibt es gar nicht. Das sind tatsächlich mehrere Regionen. Das kommt auch von der Tagesform ab. Manchmal ist es die sportliche Herausforderung, dass du sagst, okay, jetzt habe ich Bock, jetzt will ich wirklich mal Gas geben. Und, keine Ahnung, 1000 Hilfmeter in eineinhalb Stunden laufen. Manchmal ist es der Gipfel, manchmal ist es die Tour. Auch die Stimmungslage, wenn es einem nicht so gut geht, die Berge helfen wir meistens immer. Andererseits, wenn es einem sehr gut geht und dann in die Berge gehen, hat man auch immer gute Zeit. Also das ist so die Berge, ein allheiliges Hilfsmittel, gerade wenn man sonst noch stressige Jobs hat. Das kann ich tatsächlich zu 100% so bestätigen, unterschreiben. Man kann halt einfach, sobald du den ersten Fuß setzt, losgehst, einfach abschalten. Da ist alles, da ist Gott und die Welt ist wirklich einfach weg. Du gehst nur, es zählt nur du und die Tour und der Weg oder der Fels, je nachdem, wenn man halt klettern geht, dann entsprechend. Das hat schon was, ne? Genau. Und wenn man ein altes Kopfkino hat, dann kannst du daraus auch mal Schwertetouren werden. Das gleiche auch beim Radfahren, dann kannst du daraus mal anspruchsvolle Touren. Dann kann man dann während der Tour einfach komplett abschalten, wenn man sich dann jetzt konzentrieren muss. Ja, so, wir kommen jetzt mal ganz kurz auf das Thema von deinem YouTube-Kanal natürlich zu sprechen. Der hat einen ganz lustigen Namen, wie ich finde, Mountain Dude, könnte man zu Deutsch übersetzen als Bergtyp oder der Typ vom Berg. Ja, der bringt so ein bisschen so ein lässiges Feeling rüber und muss auch sagen, was mir sehr gefällt bei deinen Videos, die Videos an sich sind auch tatsächlich sehr entspannt und lässig zum Anschauen. Und das, obwohl du jetzt nicht unbedingt nur relativ einfache Touren gehst, da ist auch schon durchaus was dabei, was anspruchsvoll ist auch mal, immer wieder, aber die Art und Weise, wie du das rüberbringst, passt irgendwie zu diesem Namen. Und da werden wir nachher mal kurz drüber reden, wie du überhaupt auf den Namen gekommen bist. Aber was mich auch interessieren würde, wie du, ich sage jetzt mal generell überhaupt, auf das Thema YouTube, Social Media und die Touren zu filmen und online zu stellen gekommen bist. Meist Social Media, wenn man damit aufwächst, mit Facebook und so weiter, wie du uns, das ergibt sich dann, dass man da irgendwie so ein bisschen mit aufwächst, aber das macht man dann so ein bisschen eh mehr, und man weiß, wie, irgendwie dann die Idee dahinter, daraus einen Kanal zu machen. Entwickelt hat sich dann, als ich in, der erste Gedanke kam, als ich noch in Würzburg war, wo ich Physik studiert habe. Das ist cool, ich habe auch mal ein Semester Physik gemacht. Lohnt sich drauf, das lohnt sich. Physik lohnt sich immer. Ja. Und dann war ich wieder im Alter, habe mir dann irgendwann eine günstige Kamera gekauft. Mit der habe ich meine ersten Videos gefilmt. Und ja, dann ist das so ein bisschen ins Räume gekommen. Kenne ich irgendwo, ja. Genauso. Ich weiß, ich habe auch immer auf der Couch gesessen und dann die Videos vom Alpine Effects war das, glaube ich, damals immer geschaut und immer so dieses Fernweh H, da willst du auch mal hin. Und auf den Berg willst du noch drauf. Du hast ja auch mal für den E5, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen so eine Serie mal gemacht auf deinem Kanal. So mit Vorbereitung und sowas auch dafür. Ja, genau. Das ist aber schon ein bisschen länger her, ne? Genau. Das war so, die Intention von dem Kanal ist auch so ein bisschen den Leuten so ein bisschen das, den Bergsport ein bisschen nahe zu bringen, auch dadurch, dass ich das so ein bisschen professionell mache. Ja, klar. Als Bergwanderführer, klar. Genau. Versuche ich eben auch mit dem Kanal alles abzudenken, also sowohl leichte als auch schwere Touren. Und versuche auch den Leuten auch das Wissen zu vermitteln, sei es Schuhe, sei es wie verhalte ich mich in den Bergen in gewisser Situationen oder eben eben wie bereite ich mich auf gewisse Situationen oder Touren vor. Und das ist halt die E5 ist halt das Beispiel, was ihr erkennt. Ja, klar. Finde ich aber tatsächlich gut, dass du das machst, weil wir haben ja vorhin auch so ein bisschen auf der Tour schon über so Themen und sowas geredet, gesprochen, Thema Naivität, das ist ein scheiß Wort, Naivität von einigen Leuten am Berg. Und da finde ich es persönlich auch tatsächlich sehr gut, wenn dann so Leute wie du auch da so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben. Ich will nicht sagen, dass das vielleicht ein Kampf gegen Windmühlen ist, aber wenn man ja gar nichts macht, brauchen wir schon auch nicht wundern, wenn halt Sachen passieren oder Leute, ich sage es mal mit unpassender Ausrüstung, an den Berg gehen. Aber das ist ein Thema für sich. Wollen wir uns jetzt nicht rein starten. Genau, das haben wir vorhin schon zu geliefert. Das haben wir vorhin schon zu geliefert. Das haben wir vorhin schon zu geliefert. So, gucken wir mal, ob ich noch ein Zettel stehen habe. Ich bin ja gut vorbereitet, wie ihr seht. Ich meine, da ich ja selbst auch mittlerweile so ein, wie du schon als Content Creator bin, habe ich ja so ein bisschen, sage ich nochmal, einen Eindruck davon, was das für einen Einfluss auf dein Leben haben kann, was da an Aufwand wirklich hinten dran steht. Deswegen auch die Frage vielleicht an dich, wie stark oder wie groß ist dieser Einfluss von dieser Tätigkeit rein, dass du YouTube Content Creator bist auf dein Leben? Ich versuche den Einfluss so gering tatsächlich wie möglich zu halten, dass das so wenig das eigentliche Leben beeinflusst oder negativ beeinflusst vor allem. Ich habe das schon immer gern gemacht, die Touren gefilmt, früher oft mit Kamera und Fotos gemacht. Siehst du selber, ich habe die Kamera in der Hosentasche und ziehe es ab und zu raus. Ich kann dich bestätigen, also auch da wieder total lässig wäre das richtig, irgendwie. Also ich bin begeistert davon. In erster Linie soll es Spaß machen für mich. Ich mache das in erster Linie für mich, auch als Erinnerung für später, früher mit Bildern, jetzt mit Videos. Videos machen wir momentan mehr Spaß und gibt noch mehr. Und dann vielleicht auch Anfängern das Wissen zu vermitteln, wie sie sich in den Bergen zu verhalten haben und hoffentlich dann sicher eine Tour bestehen und auch eine Tourenplanung sicher. So machen können, dass sie sich in den Bergen bewegen können. Ja, da finde ich es aber tatsächlich auch sehr beeindruckend, dass du es fast hinkriegst, wöchentlich Videos auch zu kriegen. Nicht immer, es gibt doch mal eine Woche, wo auch kein Video vom Velo kommt, das ist vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, dass du es mit diesem möglichst geringen Aufwand, aber so eine gewisse Konstanz ist schon erkennbar. Und das ist mit diesem Aufwand, finde ich beeindruckend, das machst du gut. Danke. 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 Ja Flo, natürlich müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, weil vielleicht fragt sich das auch der ein oder andere Zuschauer. Ich finde deinen Bart voll cool. Der hat so einen gewissen Wiedererkennungswert, der macht dich sehr authentisch. Natürlich mag der ein oder andere jetzt auch sagen, das ist ein Klischee, der Bergsteiger hat den Bart. Da hast du mir vorhin auch schon eine schöne Story erzählt, die kannst du gleich gerne, wenn du magst, nochmal zum Besten geben. Aber wie lange hat es gebraucht, dass der wirklich auf der Länge war? Was würdest du da sagen, so grob geschätzt? Du kannst das ja nicht sagen, weil der kontinuierlich lang geworden ist. Ich habe angefangen mit dem klassischen irischen Backenbart. Oh, ich versuche mir gerade vorzustehen, das ist bestimmt cool. Da waren die Koletten auch nicht so lang und irgendwann ist es dann zugewachsen und dann ist es irgendwann länger geworden. Das ist dann über die Jahre einfach kontinuierlich länger geworden. Und lang ist er jetzt so fünf bis sechs Finger. Er ist eine Hausnummer, würde ich mal sagen, oder? Aber gut, es war ja sowieso auch vor ein paar Jahren, weil so dieser Hype will ich nicht sagen, aber dieser Trend mit den langen Bärten, der wieder gekommen ist, dann hat er auch was irgendwo. Und nein, funktioniert bei mir nicht, das wächst bei mir nicht genug, sage ich gerade dazu. Braucht euch keine Hoffnung machen, nicht die Kommentare schreiben, aus. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, Bergsteigen, alles was irgendwie mit Berg zu tun hat, Bergwandern füllt ja einen sehr großen Teil deiner Freizeit aus. Gibt es da hobbymäßig noch was anderes irgendwie, was du sonst noch so machst oder was du gerne machst? Also zum einen habe ich ein Kind daheim, dreieinhalb Jahre, das ist auch schon ein sehr anstrengendes Hobby. Würde ich jetzt nicht als Hobby bezeichnen, aber ich verstehe, was du meinst. Genau, also es erfordert viel Zeit dementsprechend. Ich muss sich dort andere Hobbys zurückstecken, aber in der Tat sind es andere Hobbys. Eins verrate ich nicht, weil da kommen, bauen wir das vielleicht drauf drauf, wie ich ja vorhin schon mal erwähnt habe. Mit dem alternativen Lechweg, aber ich spiele schon seitdem ich in der Grundschule bin, ja, Squash. Oh, cool. Das hat sich jetzt mit Corona tatsächlich ein bisschen verlaufen, weil der Verein, den ich gespielt habe, den es jetzt auch nicht mehr gibt. Sonst spiele ich jetzt mit ein paar Arbeitskollegen, aber Squash ist dann noch ein großes Hobby. Und, ja, alles was mit Berge zu tun hat, aber das wisst ihr ja, Fatcom. Ansonsten, ja, sind es die kleinere Dinge, ab und zu mal Häkeln, Mützen. Oh, cool. Ja, so klassische Musikkern und bedient. Didgeridoo spielen, ab und zu mal. Ja, aber, hast du gerade gesagt, klassische Musikkern? Oh, ich bin eine klassische Musikkern. Achso, schade. Der Musikgeschmack ist ganz wild, aber. Tolle Einnahmen, ich war mal Berufsmusiker, ich bin immer noch auch ein bisschen Hobbymusiker. Es hätte mich nicht interessiert, wenn er wirklich klassische Musik hört und dann was sein Lieblingskomponent wäre. Aber gut, okay, dazu erlesen wir gerade. Aber da könnte man natürlich fragen, so Musikrichtung. Hast du so eine bestimmte, die du gerne hörst? Gleiche, gerne Punk, Punkrock, Jazz. Oh, Jazz-Modurchstütze, das ist cool. Und, ja, alles was ein bisschen mit Rocksitzung hat, was ich, genau, aber halt so, Hauptsache, die ich ein bisschen schnelleren kann. Ja, wir hatten da, du hast mir vorhin doch eine schöne Story noch erzählt zu dem Thema mit einem Badbarmesser von dem, wegen des Klischees und sowas hatten. Irgendwie, dass der Bergsteiger immer den langen Bad hat. Ja, das ist ja, wenn ich eine Tour führe, dann startet die ja nicht immer an der Berkschule, als Kindschule, sondern kann ja irgendwo starten, je nachdem, was das für eine Tour ist. Und ich hatte mal die in Tannheim, in Tannmannertal, eine Anfänger-Tour geführt und dann hat man sich dort an einem örtlichen Supermarkt, um keine Werbung zu machen, hat man sich getroffen. Und natürlich bist du schon ein bisschen vorher da und dann schaust du, du hast dich vielleicht nicht unbedingt zu erkennen, schaust erst einmal, was deine Gäste sind, bevor man sich offiziell trifft. Andererseits, genau die Gäste, die raten, wer könnte denn mein Guide sein, oder ist der schon da? Und dann hab ich mir dann ein Bleichen erzählt, als sie mich gesehen haben und gesagt, ja, aufgrund des Bades war sofort klar, dass ich dann der Bergwanderfüder bin. Irgendwie zum Thema Klischee, Badenberg. Ja, das ist das. Was soll man dazu sagen? Ja, aber wir haben es ja vorher gehabt, du hast ja diesen tollen Kanalnamen Mountain Dude, der Typ von Berg. Und vielleicht interessiert auch den einen oder anderen, wie du eigentlich überhaupt auf den Namen gekommen bist. Mountain Dude? Ja. Das ist witzig. Also zum einen wollte ich irgendwas als Namen haben, dass halt irgendwas mit Berge drin ist. Alps, Alpen, keine Ahnung was. Verständlich. Ja, und dann ist das halt die Entscheidung auf Mountain gekommen. Und als ich mir den Namen überlegt habe, habe ich gerade The Big Lebowski quasi angeschaut. Okay. Der Dude. Und dann hat es so ergeben. Ja, aber es geht auch irgendwie locker flüssig vor der Zunge. Mountain Dude. Ja, Freunde, und da sind wir eigentlich jetzt schon auch fast am Ende. Wir sind so kurz vorm Parkplatz, oder so gut wie kurz vorm Parkplatz, würde ich jetzt mal sagen. Er ist ja mein Führer, und ich habe mich heute komplett auf ihn verlassen. Er hat das übrigens, muss ich sagen, super, super toll gemacht. Er hat mich da souverän durch schwierigstes Gelände da oben durchgemandelt. Nein, so schlimm war es nicht. Aber er macht das wirklich gut. Buchungsanfragen bitte mit. Ja, aber auf jeden Fall vielen Dank dafür nochmal, dass du mich auf die Tour mitgenommen hast. Das war echt ein super, super toller Spaß. Spaß gemacht. Ja, also hat mich sehr gefreut, dich da mal so ein bisschen näher und länger kennengelernt zu haben. Außer diesem kurzen Moment, wo wir uns auf den Hammerspitzen getroffen haben. Das war echt nicht geplant. Weißt du, du kommst da irgendwie rum und denkst dir, den kennst du doch da aus. Schaut uns die Videos mal an, entweder bei ihm oder bei mir, ist vollkommen wurscht. Aber die sind cool, verlinke ich euch. Genau wie sein Kanal auch. Ja, dann machen wir jetzt zum Abschluss nochmal kurz so eine kleine Schnellfragenrunde. Ja, da hat, Herr Flo hat einen super tollen Ausdruck, den sich vorhin auskriegt. Magst du sagen? Das Alpen-Nio Fragen habe ich. Okay, Frage Nummer eins. Ich reiß noch nicht. Dein Lieblingsgebirge oder Lieblingsgebirgsregion? Eine Allgäuer Alpen natürlich. War irgendwie klar, kann ich aber verstehen. Dein Lieblingsgipfel? Überraschend, komplett unspektakulär, aber das war mein allererster Bergkreuz, würde ich sagen. Das ist in Nesselwang die Alpspitze. Gibt es auch schon eine oder zwei Videos. Sag mal, ich habe schon mal gehört den. Ja, okay, den wussten wir. Noch nie oben gewesen, aber gehört habe ich schon mal den Namen. Okay, und Lieblingsdisziplin aus dem großen Repertoire an bergsteigerischen, wie soll ich sagen, den bergsteigerischen Blumenstrauß, aus dem man das kurz auswählen kann. Wenn ich jetzt die Berge allgemein nehmen dürfte, den ganzen Bergsport, dann wäre es klar, Mountainbike Downhill. Hätte ich auch nicht gedacht jetzt, ne? Ansonsten tatsächlich das Optimum wäre eine schöne Biking-Tag-Tour mit einer knackigen Bergtour, wo man auch mal schön fahren kann. Kann ich ganz gut verstehen. Und ganz zum Schluss, wenn du einen Wunsch, eine Anregung, ein Whatever an die Welt da draußen, an die Follower, an die Berg-Community richten könntest, was wäre das? Dass man sich wieder in den Bergen ein bisschen besinnt. Es gibt ja die schönen 10 Gebote des Bergsteigens, was das ganze Bergsteig-Leben umfasst, wie man sich verhaltet in den Bergen. Dass man kollegial ist in den Bergen. Und ich wünsche mir, dass man sich da wieder so ein bisschen findet. Denn momentan ist schon so ein bisschen Egoismus am Berg zu spüren. Das stimmt. Und wir wünschen, dass man da so wieder so ein bisschen auf die Wurzeln zurückkommt und mehr kollegial unterwegs in den Bergen ist. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dass wir dem kollegialen, hat heute und uns zwei, glaube ich, auch super gut funktioniert. Gibst du mal nochmal ein riesen Dankeschön dafür. Danke dir. War cool. Und ich sage Servus. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Alpennaio auf Gipfeltalk. Wobei, es war kein Gipfeltalk heute. Oder Tourentalk. Ich finde noch einen Titel dafür. Servus. Herz euch. Ich finde noch einen Titel.